Hey, mein Name ist Lara und ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der FAHR und bin studentische Unternehmensberaterin bei Unikon seit Kiel. Unikon seit Kiel, was ist denn das eigentlich? Wir sind ein Hochschulverein der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und wir bestehen aus ganz vielen engagierten und motivierten Studierenden verschiedenster Fachrichtung. Gemeinsam machen wir Schulungen und Workshops, erlangen so Wissen, was wir dann direkt in der echten Wirtschaft bei Beratungsprojekten anwenden können. Ich für meinen Teil bekleide seit circa einem Jahr das Amt des Vorstands für Internes, was bedeutet, dass ich für das Qualitätsmanagement zuständig bin, aber eben auch für das Personal, also alle Mitglieder und für die, die es werden wollen. Um auch dich mit ins Boot zu holen, habe ich unsere Mitglieder gefragt, ob sie dir nicht eventuell noch mal ein bisschen was über unsere Arbeit und über unser Team erzählen wollen. Viel Spaß! Moin, ich bin Muriel, ich studiere Psychologie an der CAU in Kiel und ich bin seit April 2020 Ressortleiterin des Ressorts Personal und Schulung bei Unikonsult und meine Aufgabe als Ressortleiterin ist es, den Verein von innen zu stärken und dabei geht es um die individuelle Weiterbildung der Mitglieder, aber auch um die Förderung des Teamzusammenhalts. Das Ressort Personal und Schulung organisiert hierfür vereinsinterne Events wie das Teambuilding-Wochenende oder die Weihnachtsfeier und außerdem ist das Ressort Personal und Schulung auch für den Prozess des Recruitings und die Auswahl neuer Mitglieder verantwortlich. Hey, ich bin Toni, ich bin seit drei Semestern bei Unikonsult dabei und bevor ich dem Verein beigetreten bin, dachte ich, dass nur Masterstudenten mit Bestnotenunternehmen beraten können. Allerdings ist mir im Anwärterprojekt schon aufgefallen, dass ich auch in den ersten Semestern meines Studiums schon ein Mehrwert für andere Unternehmen sein kann. Hi, ich bin Lara, 20 Jahre alt und seit letztem Semester als Anwärterin bei Unikonsult. Ich studiere BWL auch an der CAU und kann mich in dem Ressort für Öffentlichkeitsarbeit besonders gut einbringen, indem ich mich um die Präsenz auf Social Media kümmere. Moin, ich bin Yannick, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der CAU und bin seit fast einem Jahr jetzt Vorstand für Externes bei Unikonsult. Zu meinen Aufgaben gehört zum einen die Repräsentation des Vereins nach außen, aber natürlich auch strategische Planung oder operative Aufgaben gehören dazu. Das kann dann zum einen mal sein, dass ich mit dem Öffentlichkeitsarbeitsressort so ein Video wie dieses hier aufnehme oder dass wir mit dem Unternehmenskontakteressort auf potenzielle Kunden oder Partner zugehen, immer mit dem Ziel, interessante Workshops oder Projekte zu akquirieren, die dann wiederum unseren Mitgliedern zugutekommen. Was mich am Unikonsult besonders begeistert ist, dass man sich einfach ausprobieren kann in einem relativ geschützten Rahmen. Man tritt direkt in Kontakt mit der Wirtschaft und sammelt hier so seine ersten Erfahrungen, die einem dann sicherlich auch im Berufsleben später zugutekommen können. So, ich hoffe, dass du nun schon einen guten Einblick in das Leben von uns als studentische UnternehmensberaterInnen sammeln konntest. Wenn du Lust hast, jetzt Teil unseres Teams zu werden, dann schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei, unikonsult-key.de oder unseren zahlreichen Social-Media-Kanälen. Denn bewerben kannst du dich ab jetzt. Ich freue mich auf dich! Ist das jetzt an? Ja. Und wir beraten Unternehmen! Ja, genau! Toll! Es ist nur immer noch nicht das, was ich sagen soll! Ich studiere Psychologie in Kiel. Who would have thought? Ich studiere auch CHU an der BWL. Und ähm... Habt ihr noch Fragen oder was? Ja! Nein! Ich 15 hin. Ich schärm das. Ich muss Attendieren. Ich bin 15 Mal, wenn ich Independent-Dirk und das ist, Vielen Dank.